So, jetzt mache ich mich, denke ich, schneller und sichtbar und es geht los. So, bevor das Video losgeht, möchte ich noch eines loswerden. Da ich jetzt gesagt habe, dass ich eigentlich kein Minecraft mehr machen möchte, aber doch bei der Abstimmung sehr viele für Minecraft gestimmt haben, wollte ich mit diesem Video testen, wie viele denn wirklich Minecraft sehen wollen. Also ich habe ja jetzt das Fortnite-Video gebracht, wo ich übrigens sehr viel Zeit investiert habe, also lohnt es sich auf jeden Fall, das nochmal anzugucken und wirklich durchzuschauen. Aber darauf will ich jetzt nicht hinaus, sondern ich mache dieses Minecraft-Video nur, um zu testen, wie viele denn wirklich Minecraft sehen wollen. Ich will jetzt nicht Like-geil oder Klick-geil oder sowas sein, nein. Ich möchte nur gucken, wie viele denn wirklich von meinen alten Zuschauern, von meinen alten Minecraft-Fans wirklich noch da sind und es dann auch schauen würden, wenn ich jetzt Minecraft bringen würde. Ich habe allgemein eigentlich nichts gegen Minecraft. Ich würde es dann halt nur nicht so oft bringen. Ich würde es nicht jeden Tag bringen, ich würde sowieso Videos nicht jeden Tag bringen, weil ich auch in der nächsten Zeit dann wenig Zeit für YouTube habe, vielleicht alle drei Tage mein Video oder so. Dafür dann relativ gut editiert, möchte ich sagen. Also für meine Verhältnisse relativ gut editiert, ihr kennt mich ja. Und genau, Minecraft dann auch nur ab und zu, also nicht wirklich alle, jede drei Tage, sondern dann mal drei Tage lang gar nichts. Dann kommt wieder Fortnite, dann vielleicht mal eine Runde for Honor, vielleicht eine Runde Dark Souls. Jetzt auch vielleicht neue Spiele aus dem Placer, die gerade kostenlos sind oder was, kriege ich ja vielleicht was zu Weihnachten, sonst wünsche ich mir da was, mal schauen. Und dann Minecraft halt auch nur ab und zu. Und mit diesem Video will ich einfach testen, wie viele Leute noch da sind, die Minecraft schauen würden. Ich spiele jetzt eine Runde Battle Mode, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Naja, zieht es euch rein, wenn es euch gefällt, gebt ein Like und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, beginnen wir auch das Video gleich erstmal mit einer schönen Runde auf dem Bucht. Meine absoluten Lieblingsmap, wenn ich das mal so sagen darf. Obwohl ich nicht weiß, ich glaube mit L1, ja nice. So, das hat schon mal kurz geklappt. Ein relativ flotter Start ins Match. Ich habe übrigens Minecraft ewig nicht mehr gespielt. Also, wirklich, wirklich ewig nicht. Ich habe deswegen leider auch nicht ganz so viel Plan, wo ich hier langlaufen muss. Und bin noch nicht ganz so gut geübt im PvP, wird er nachsicht geübt. Kein Schwert. Oh ja, es war klar. Ah, es war klar, es war klar. Der Typ hat mich nämlich schon in der Wartelobby fokussiert. Ich glaube, er weiß, dass ich Sarius bin. Ich würde sagen, ich hole mir den Typ jetzt einfach. Ich würde eigentlich auf den anderen gehen, aber habe ich gesehen, dass da noch ein zweiter kommt. So, mein Süßer. Sag mal, kannst du aufhören wegzurennen vielleicht? Das wäre vielleicht ganz fresh. Nein, ich bin so ein Lapp. Hier versuche ich mich zu outplayen, Alter. Ich bin so bad. Ich kann nicht mal sprinten, what the fuck. Kannst du stehen bleiben? Ich glaube, das Ätzend. Du schießt mich irgendwann ab. Bin ich nicht cool. Ey, verpiss dich. Okay, okay. Ja, fokuss mich halt. Fokuss mich halt. Jetzt kill ich dich, du Lappen. Ist das hier mit unendlich Leben? Ich hatte nämlich gerade schon so eine Lobby. Wurde aus, ja. Als hätten alle unendlich Leben. Und ich werde hier runtergeschossen. Nein, du schießt mich hier nicht. Oh Gott, wäre ich da jetzt gestorben, ne? Holy shit. Ich muss essen. Das ist Regeneration, also Fortgesundheit. Okay. Holy shit macht der Damage. Was heißt denn 28 Sekunden? Stirb! Verrecke. Nein. Oh, ich hasse Bogen, ne? Lasst mich bitte in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Don't focus the YouTuber. Ich glaube, die kennen mich gar nicht. Ich glaube, nur der eine kannte mich. Vielleicht. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Ich treffe natürlich nicht. Habe ich gewonnen? Was? Hä, wie sind die gestorben? Ach so, es war die Zeit abgelaufen. Ich war am nächsten in der Mitte, oder was? Ja, nice, Leute. Da haben wir die erste Runde gleich gewonnen. Fresh. Gut, dann sehen wir uns gleich in der zweiten. So, ich weiß heute hier wieder überhaupt nicht, wo ich lang muss. Ich hatte früher hier mal eine Route, aber ich habe die irgendwie nicht mehr so ganz im Kopf. Ich hatte früher hier auf der Map echt eine gute Route. Äh, ja, hallo? Ja, verpiss dich. Lässt du mich bitte in Ruhe, danke. Ich muss irgendwie an der Tür vorbeilaufen und die looten, ansonsten bin ich am Arsch. Ich denke, ich bin auch so am Arsch, aber... Was ist noch mit der Mähne, ne? Nein, ist er nicht. Holy shit, nice. Okay, dann können wir uns neu ordnen und vielleicht nochmal eine Kiste. Da, sie ist neu. Kommt schon, geiles Schwert oder so. Okay, wenigstens eine Axt. Das ist doch schon mal was. Eine Waffe bleibt eine Waffe. Ach, kommt schon, Spiel. Zeig mir doch. Bitte. Ich brauche eine Truhe. Ja, fülle sie halt auf. Aber fülle die auf, an denen ich auch vorbeilatsche. Viele sind denn noch. Wieder nur drei. Ich habe aber diesmal null Kills. Die Runde sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Also, wenn ich die noch gewinne, dann... Respect. Respect for myself. So. Ich denke, der Typ hat die hier oben gelüttet. Aber vielleicht hat er was drin gelassen, was er nicht mehr braucht. Das kann durchaus sein. Wenn nicht, gehe ich gleich fighten. Ich werde jetzt hier nicht Jahre rum suchen. So, jetzt mache ich mich, denke ich, schneller. Unsichtbar. Und es geht los. Äh, mir sieht gar nicht geil aus. Ja, ich bin tot. Okay. Gut, das soll jetzt erstmal zu Minecraft gewesen sein. Wie gesagt, das soll nur eine kleine Einspielerrunde sein, um euch... Oder um uns zu gucken, ob es euch gefällt. Weil ihr gesagt habt, viele von euch haben gesagt Minecraft. Jetzt möchte ich gucken, wie es im Verhältnis aussieht. Im Verhältnis zu Fortnite und Minecraft. An den Klicks so zu sehen. An dieser Stelle ist leider mein Mikrofon abgeschmiert. Ich wollte euch eigentlich nur noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht wünschen. Kommt auf an, wann ihr das Video schaut. Tschüss.